Herzlich Willkommen hier über dem Kamerlad. Leider etwas diesig. Wir machen hier einen kleinen Gasflug mit Alina. Alina hat das geschenkt bekommen. Von ihren, wie sag ich mal, Bioskanten. Und es ist leichter Wind. Wir fliegen hier mit etwa 50 km über Bonn. Von daher, wenn wir Rückenwind haben, denke ich mal mit etwa 80 km. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch geht. перстognen mit einem Gramm und einen Knobladen. Ich habe den Beste. Ich habe den Beste. Nämlich ist ein Schlauch. Ich werde auch in der Schlauchze hören genommen.